In der Folge Zerstörung aus Staffel 5 beschloss Monarch Cat Noir dazu zu bringen, die Kraftkataklysmus auf ihn anzuwenden und deshalb musste er am Ende sterben. Das gleiche Ergebnis tritt im Film nicht ein. Aber in der Schlussszene des Films, als Hawk Moth im Begriff ist, das Miraculous von Adria zu stehen, setzt Adria seine Kraftkataklysmus gegen seinen Vater ein.